Oh, hi Leute, ähm, hier sind wir wieder bei Metal Gear, und ich hab schon mal Rations aufgestockt. Oh, halt, die klappt jetzt auch. Ähm, ja. Rations aufgestockt, und wir werden jetzt nochmal über diesen komischen See, ähm, Fluss, Cementbecken, was auch immer schwimmen. Jupp. Und, das machen wir mithilfe unserer, ähm, Rationen. Wenn Snake am Absaufen ist, frisst einfach was, genau. Mammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammamm So, ähm, vorsichtiger spielen. Au, 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 au. Heilen. Ah, zwei Rationen sind wir schon ziemlich weit gekommen. Ich hoffe, ich sterbe wieder nicht, ey. Ich würde so ausrasten, ey. Dieser Weg, den man gehen muss. Einfach so ein... Einfach so ein... Ach, das hat irgendwie einen Rachenweh. Egal. Oh mein Gott, ich muss mich heilen. So, also man kann dafür, glaube ich, noch so einen Taurant zu holen oder so. Los. Ähm, Wayne. Ist ziemlich egal. Kann man machen, muss man nicht. Und, äh, beformeln die beiden sich wieder. So. Wie als kleiner, äh, Liebesstürmer. Au, 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 au. Frage ist nur, wie ich das jetzt mache. Soll ich mich schon... Ah, ich heile mich hier. Die Sicherheit geht vor und so. Bitches. Hi. Ach ja, die Karte muss ich ausrasten. Äh, 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 äh. Die ganzen... Doopen Menüsachen. So, hi, hi, hi. Ja, ich darf keinen töten, ich weiß. Ich mach's auch nicht. Gut. So, jetzt kommt da so ein großes Loch. Ah, wahrscheinlich wird das letzte Mal gegen so ein Eck wieder davon gelaufen oder so. So. Ups. Das wollte ich jetzt nun mal gar nicht machen. Weapon. Machine Gun. Den rateln wir jetzt weg. Und zwar so. Ah. Wow. Wow. Ich, ich, ich war mir gerade wieder unsicher. Hab ich... Ach, egal. So. Retten wir mal alle. Wir haben's geschafft. Cool. Ja. Was bin ich doch nur für... Ach, egal. So, öffnen wir. Äh, öffnen diese Truhe. Ach so, das war Hilfe in letzter Sekunde. Womps. Das war Hilfe in letzter Sekunde. Oh, ja, gar nicht mehr. Ich bin Jelfers Bruder. Wenn du... Versuchst wegzulaufen, nimm den... Aufzug zu linken. Gut. Was hab ich jetzt für Probleme mit dem Aufzugwort? Egal. Hilfe in letzter Sekunde. Ich muss mich selbst. Schöne jetzt. Okay, nehmen wir mal den Aufzug. Eigentlich, eigentlich gibt's einen schnelleren Weg. Laut dem Video, was ich gesehen habe. Äh. Aber egal. Bam, bam. Badabada. Ich will mal in den Aufzug da längst gehen. Eigentlich hat sich der Kerl, wo ich das gesehen hab, hat sich etwas selbst umgebracht. Ja, weil... Dann hat er einen coolen Startpunkt. Bram, 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 bram. Und wenn ich sterbe, ist ja auch nicht so schlimm. Brams. Brams. So, rüber hier. No 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 no... Oh, ist ja klappt. goat, äh... Ach, ihr Gott, ähm... ... Ich bin heute wieder ein bisschen komischer Stimmung, muss ich sagen. Ja, ich dachte, ich, dass ich... ...dass ich nicht mal lachen würde. Lachen. So, Sindos. Äh, was... Was rie ich da? Schwachsinnig. Ach, ich muss halt wieder die Karte ausrüst. Es geht hier rauf und runter, rauf und runter. So, Cut, acht. Passt sie? Oh, wäre schön, wenn sie passt. Aua. Menü. Menü. Danke. Karte 7. Bitte. Karte 7 passt nicht. Karte 6. Okay, warum passt das alles nicht? Ja, ist auch schlau, zur Seite zu gehen irgendwie. Hat mal irgendwie gar keinen Sinn irgendwie. Okay. Mehr Karten gibt's nicht. Also eine Karte muss ja gehen. Oder Karte 1. Oh, Anruf. Franz Diva. Was geht ab? Schneider ist hier. Ja, hallo Schneider, von dem ich noch nie was gehört habe. Brauchst du meine Frequenz her? Wir haben den Gegner aufgedeckt. Im Wald. Gefunden. Mau. Es ist unglaublich, aber der gegnerische Anführer ist... Oh mein Gott. Snake? Snyder? 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 Snyder! Nein, ähm. Nein? Nein. So, okay. Im Wald, im Wald. Wir warten schon mal im Wald. Und... Vielleicht wisst ihr jetzt auch, wo wir lang gehen müssen. La la la. Wir bringen uns einfach um jetzt. Tschüss, du liebe Welt. War eine schöne Zeit mit dir. Oh mein Gott, wir sind tot. Okay, Leute. Das ist ganz richtig so. Denn hier müssen wir jetzt gleich links lang. Denn wisst ihr noch, falls ihr diesen Wald noch kanntet. Mit den tausend Eingängen und Ausgängen. Und wenn man immer nach links oder rechts gegangen ist, ist man wieder zum gleichen Ort gekommen. Da gibt es ein gewisses extra Vorgebnis. Äh, Bewegungsmittel. Bewegungsmittel. What the fuck? Ich kann voll nicht reden. Ich soll's nicht reden. Wie oft hab ich ja schon gesagt. So oft. Egal. Ähm. So. Wir holen ein bisschen Ration. Ja, ja, ja. Es gab schön. Ration mag ich. Es ist gut. Oh. Handfach. Weil ich stand nicht im Machine Gun eben. Oh, ich bin doch noch... Bin doch noch hier verwirrt. Gar nicht. Okay, gut. Du 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 du. Hier sind wir. Wir sind... Moment mal, das ist nicht der richtige Wald. Oder doch? Nein, das ist nicht der richtige Wald. Verdammt. Ja, okay, wartet mal, Leute. Ich weiß ganz genau, wo es angeht. Jo, 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 jo. Hm, glaub ich zumindest. Ahom, ahom, ahom. Mal gucken. Wir müssen ein bisschen so rumtrucken. Hier rein? Hier truck ich rum? Jo, hier truck ich rum. Oh, oh. Der Truck startet. Mensch, welcher Wunder. So was ist ja noch nie passiert hier. Oh mein Gott. Und so ein Elbeben? Wow, wow, wow. Okay, cool. Raus. Wo sind wir jetzt hier? Das ist immer noch falsch. Hey, shit mal down hier. Oh, man. So, und jetzt wieder. Oh mein Gott, was? Oh, 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 oh. Tatsächlich? Oh nein. So lange hole ich ein Buch hier raus. Das brauchen wir nämlich gleich. Ja, ich habe extra eine Spiellösung gekauft. Nein. Ich habe mir Notizen gemacht. Die kann man auch vorbei. Okay, ja, ja, mein Turn. Ich weiß, ich weiß. Ich kann man auch vorbei, ohne das Bildschirm zu verlassen. Den Bildschirm. Das Bildschirm. Wie ihr wisst schon, schöne Räder nicht auch tun kann. Und so. Ja, meine Stimme ist echt träge. Es ist spät. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Aber ich hoffe, dass wir das Play machen. Oh, 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 oh. Oh, gut. Ja, ja, anrufen, den ich sowieso nicht abnehmen kann. Obwohl, können wir das? Es wäre echt mal schön, dass man zu sehen. Wasum. Nimm den Truck und geh zurechten. Ne, nimm den Truck zurechten. Das werde ich nicht tun, Big Boss. Ich habe einen anderen Auftrag. Du bist böse. Stimmt. Okay, so. Wo sind meine Notizen? Äh, wo habe ich das hier überhaupt hingeschrieben? Ach da. Oh, oh, oh. Okay, gut. Verstanden. Oben links. Und jetzt unten links. Und dann, 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 dann. Ach, ich sehe nichts. Dunkel. Komm, Spiellicht. Ach so. Äh, oben. Und dann unten links. Okay. Oh, nee. Ich muss... Warte, bin ich eben unten links gegangen? Ah. Für mich gerade wie in so einer Stadt mit einer Karte und mit der linken Hand bist du am Rad des Autos. Und... Ach, egal. Genug Metaphern. Lass uns hier weiterkommen. Gleich sollte ein komisches Geräusch ertönen. Moment. Oho, oho. Oh mein Gott. Was ist das? Äh, ich gehe weiter. Nein. Natürlich nicht. So. Karte 8. Schätze ich mal. Bams. Und rein da. Sching. Okay, der nicht. So. Ich habe nicht viel Ahnung jetzt hier, was hier gleich kommt. Aber wie immer ein bisschen. Sex. Oh, Sex. Ah, sieht wieder so gefährlich aus. Moment mal. Ich weiß, eine Sache... Oh, Karl erstmal angehen vielleicht? Schneider ist hier. Hä? Ist er nicht irgendwie... Angriffen? Okay. Diesmal waren sie mich vor, dass da oben ein gasgefüllter Raum ist. Okay, ganz vorsichtig versuchen, mir mal die Tür zu öffnen. Okay. Die Karte ist es nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu schnell reintrete. Obwohl, es ist hier nicht so, als ob wir gleich sofort sterben würden. Karte 1, oder was ist das jetzt schon wieder? Wie ist das? Karte 3 oder so? Irgendeine Karte, mit der man... Die man überhaupt nicht erwartet. Okay, Karte 4 ist es aber auch ziemlich oft. Die kann es sein. Welche Karte ist es? 5? Oh, verdammt, ey. Ich bin nur... B.S. Karte 3, ey. Oh, leck mich doch. Oh, ich bin sogar reingangen. Oh mein Gott. Gasmaske, her. Okay. Diese Karte sind echt böse. Entweder geben sie uns Elektroschocks oder sie machen das. Oh, hier können wir rein. Ach, nö. Sprengstoff, lass mal. Voll kein Bock gerade. Wir brauchen jetzt genau... ...ein ganz besonderes, spezielles Item. Nämlich, das werdet ihr gleich sehen. Da, die Taschenlampe. Yay. Gut, mehr weiß ich... Nö, mehr weiß ich. Das wäre eine Lüge. Mehr weiß ich noch. Weil... Vielleicht kommt noch etwas Hartes. Hätte ich alleine nicht gewusst. Weil... Ach, das sieht ihr gleich. So. Gehen wir erstmal weiter. Ich frage mich, wie weit... ...leicht ich brauchte, wenn ich nicht wüsste, wo es lang geht. Verdammt, Sven. Parts für Parts. Ha! Diese kleinen Sackkassen, ey. Das muss ich nicht auch immer kriegen. Nur weil ich mal Brain aufkabeln und dann immer irgendwas drehen, faseln muss. Kann ich denn diese kleinen Sackkassen, wo der Spielwerke sich einfach denkt... Ehehehehe. Du Nullniete. Karte 3. Äh. Karte 3. Äh. So. Okay. Ähm. Scheiße, ich hab nicht gemerkt, welche Tür aus nächstes kam. Glaubt die links. Ich glaub die links. Call, 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 call. Äh. Welche Karte ist es bloß? Cut 8. Karte. Ach, das ist es. B.S. ist Karte 3. Aber erstmal will ich Karte 7 probieren. Hm, hm, hm. Okay, auch nicht. Schönes Wissen. Karte 6. Äh. Oh, B.S. ist Karte 3, Mann. Denk mich am Arsch, wenn es Karte 3 ist. Na gut. Glück gehabt. Karte 1. Loo. Ach, wie jetzt hast du nicht... Das ist die, wenn... Hier Leute einfach reintreten, ohne einzuklopfen. Einzuklopfen. Ja, klopft die Weint ein. Weint ein. Boah, echt, ey. Reden. Oh. Oh, ist das schön. Gas. Hallo, Gas. Hm, hm. Lalalalalala. Hier müssen wir nämlich das machen. BAMS. Und hier sind wir wieder. Und dann müssen wir hier rumlaufen. Und Lalalala. Gas tut uns nichts. Gas tut uns nichts. Aber... Bla, bla, bla. Ähm, ja. So. Können wir hier rein? Nö. Ist auch irgendwie unwichtig. Glaube ich. Was wichtig ist, kommt gleich. Und dann hören wir auch dort auf. Und das heißt, nächsten Part geht es wirklich klein weiter. Viele Türen sind offen. Und da ist auch eine Tür, die offen ist. Ich weiß nicht. Soll ich da mal reingehen? Ich weiß es nicht. Der Typ, der das gespielt hat, ist da nicht reingegangen. Erstmal nicht. Wenn ich wieder nicht weiter weiß, dann gehe ich mal hier die Türen rum. Dann weiß ich wenigstens auch, dass ich die Türen nicht geöffnet habe. Und dann frage ich mich solche Sachen wie, habe ich die Tür geöffnet oder nicht? Und hier, gucke ich das an. Wie soll ich das denn ausfinden? Vielleicht wird es auch in den Türen gesagt. Egal. So. Im nächsten Raum wird es dunkel. Deswegen brauchen wir die Lampe. Und deswegen geht es auch nächstes Mal weiter. Okay. Das war es für Metal Gear, ja. Metal Gear ist tot. Das war es mit ihm. Nein. Äh, nächstes Mal geht es weiter. Ich bin draußen. Ich labere nicht viel. Blah. Niemals. Nö, nö. Ich doch nicht. Alle. Alle. Alle.